Ich drift kurz über den A-Spot drüber, mach nen Drive-By, ok? Drive-By. Let's go. Ich fahr wieder zurück. Du wolltest dir schon immer ein schönes Main-Steam-Profil einrichten, hattest aber nicht die nötigen Steam-Punkte dazu. Dann würde ich dir empfehlen jetzt in der Beschreibung nachzugucken, denn in meinem Shop bekommt ihr schon für 18,99€ 50.000 Steam-Punkte und natürlich gibt es auch Angebote für 10.000 Steam-Punkte bis zu 100.000 Steam-Punkten und je nachdem wie viele man kauft, desto günstiger werden sie. Dazu gibt es auch noch wunderschöne Main-Accounts auf meinem Shop zu kaufen, genauso wie die, die ihr gerade gesehen habt und natürlich auch noch bessere. Falls ihr jetzt auch noch CSGO-Commands braucht, dann würde ich euch empfehlen, mal sinlinks.cc anzugucken, denn die verkaufen als einziger noch CSGO-Commands und wie ihr seht, ist das überhaupt kein Problem, noch immer CSGO-Commands zu kommen. Die kommen jetzt einfach wunderschön rein und ja, viel Spaß jetzt mit dem Roto-Globe. Ah, jetzt ist das ein bisschen... Sieht nice aus, oder? Immer so zwei Trauben drüber gekriegt. Zeig mal her, Alter. Junge. Und dann haben wir einmal das Roto von Snive. Wo schickst du das? Ja, ganz einmal Refresh. Äh, wo schickst du das? Ja. Kosting zum Refresh. Digga, ist das schlecht, Alter. Aber das erste ist schon geil von Robin. Das, das, das von Robin geht sogar echt fit, aber Junge, Alter, was ist das denn? Junge, Snive. Sieht doch nice aus. Ich weiß nicht, was du holst. Also, du, Mann. Loll. Alter, krankes Game. Und die Tour beginnt. Digga. Die Tour beginnt. Okay, Freunde, das schneiden wir raus. Die Tour einem auf dem Cage rum. Jetzt fahren wir da einmal kurz rum und machen so ein kurzes Aussichtsfahrt, oder wie es sagt. Auch noch Cash. Ja, Cash ist schön flach. Der kann nicht einfach fahren. Einfach Auto fahren. Ich habe auch das FOV jetzt extra so auf 120 hochgedreht. Ich dachte mir, das passt gut zu einem Auto. Ich bin ja schnell unterwegs. Ich glaube, der Volleyball wird gegenfahren, Alter. Weißt du, wie du dich eigentlich hättest nennen müssen? Du hättest dich wie ein Auto lieben müssen, je nachdem, welches dir halt gefällt. Welches mir halt gefällt. Also so ein Tesla-Cyber-Truck. Ja, ist ja egal welches. Hauptsache, du weißt wie ein Auto. Das passt ja dann. Also so ein Porsche-Traktor. Äh, Lamborghini-Traktor. Mit einem Traktor kannst du auch Menschen überfahren. Also, weißt du, wie ich meinen, so? Ich meine, dass du Leute kennst, die meinen, dass Stromberg besser wäre und so, aber... Äh, so Pistols. So, Jungs, macht man nicht so viel. Das Auto macht hier. Okay. Die Arbeit. Du willst den Hund mit den Globel-Brillen. Ja, Leute, wir kommen zu einer neuen Runde. Let's try. Fight doch nicht. Ja, klar. Und das fängt mit dem Game Sense Crash an. Digga, das kannst du echt niemandem erzählen, Mann. Lass mal einen Timeout machen. Er fragt einfach HV. Mom. Da kann ich mir... Ja, Mann, ich kann mir eine Mac-10 leisten. Alles klar, das Auto fährt. Junge, ich fühle mich wirklich richtig schnell mit dem hohen FOV. Digga, let's go, Jungs. Die Bombe. Auch mit mir unterwegs, Jungs. Wir fahren da richtig drüber jetzt. Wer sieht mich jetzt hier vorbe... Oh Gott, ich habe mein Momentum verloren. Das ist nicht gut. Das Auto ist stecken geblieben. Hä, der hat mir einfach durch die Wasch gegeben. Oh. Das war auf der, wo er nach HVH gefragt hat. Das hier war eins. Ich habe aber zwei Leute umgefahren. Mit dem anderen... No, der raged auch. Der raged auch. Du kriegst einfach von deinem Teammate von hinten im Kopf geschossen. Der raged auch. Ja, Digga, ich habe gerade, das war der von Mitte. Aber ich habe nicht realisiert, dass er keine Autos selber hat, Leute. Machst du nichts. Machst du durchaus nichts. Werde nur durch normale Sachen schießen, Leute. Okay. A gehe ich lieber nicht. Da kann ich nicht so gut fahren. Ich gehe lieber Mitte. Da habe ich als Auto mehr Freiraum. Hallo, fahrt man nicht so drüber? Das Auto muss drüber fahren. Patrick, kannst du nicht Custom Models laden? Kannst du nicht so ein Auto als Playermodel machen? Amogus. Amogus. Ja, ich schicke mein Auto als Playermodel und dann können wir das vielleicht bewerkstelligen irgendwie. Ist das dieser Blue-Typ? Ich weiß nicht. Ich kann dir das nicht sagen, wer wir durchwornen geht. Ich habe alle umgefahren. Also, ich denke mal, das waren die zwei Leute, die dich wohl erschießen. Das Auto ist einfach zu stark. Es ist zu schnell, deshalb können es nicht getroffen werden. Nimmt und gepanzert ist es auch. Ja. Ist ja auch ein Lamborghini Traktor. Guckt euch mal mein Profilbild an. Digga. Das ist ein nicer Lamborghini Traktor. Da musst du also Silberzeichen in die Speichen rein editieren, Digga. Ne, Globalzeichen. Dieser Traktor kostet wahrscheinlich mehr als ein teures KFZ. Oh nein. Oh nein. Ich bin stecken geblieben. Aber ein Traktor ist halt auch groß. Let's go. Ah, ist clean. Nein. Ich habe nicht schnell genug nach links gedreht. Und er verreicht. Er verreicht. Lass mal zusammen mitfahren. Also, ich fahre vorher. Ihr läuft nach. Scheiß Fußgänger. Seid langsam. Lasst mich mal durch. Dankeschön. Ups. Oh nice. Autos stecken geblieben. Gott, ich muss nachladen. Ich bin in sie reingefahren. Hilfe. Egal, ich bin wieder rausgefahren. Ich bin wieder rausgefahren. Digga, Auto agiert sehr schnell, Jungs. Ich habe leider keine Taste zum Planten. Deshalb. Ah, fuck. Ich würde gerade sagen, dass die Bombe ist. Weiße. Du darfst jetzt auch eigentlich nur über Highway auf A kommen. Ja, schon. Eigentlich schon, ja. Ich habe irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass das vielleicht gleich in den Streams oder so. Keine Ahnung. Ach stimmt, ich wollte das ja streamen für meine Mitglieder. Digga. Wir können noch ein bisschen zu anständen, aber ein bisschen verstecken oder so. Wir stehen alle vier im Spawn. Ja, guck mal, das klappt doch. Ja, Sekunde, ich muss einmal kurz wegfahren und nachladen. Fahr die einfach um, alles gut. Ja, ich fahr kurz in den Main rein. Ja, Mann. Sekunde. Ich drift kurz über den A-Spot drüber. Mach ein Drive-By. Okay. Drive-By. Nice, Digga. Let's go. Ich fahr wieder zurück. Ja, dann könnte ich mich ja noch die letzte Runde eben alleine spielen lassen, wenn das hier so einfach ist. No. Das ist nicht so umzugucken, das ist so lau. Das sieht doch so aus, Alter. Serious, nie mit reingefahren. Oh, das wird mir stinken. Oh Gott, das könnte gefährlich werden. Ah, fuck. Ihr müsst was machen, leider, Jungs. Ich hätte warten müssen, bis ich... Ne, ne, twittet die einfach, fahrt die um. Ich guck Robin zu. Let's go. Ich pack da dann einfach noch Aim, äh, so Anti-Aim rein und dann fahr ich auch über die Sieben-Rater drüber. Ich seh da gar kein Problem. Einfach ein bisschen weniger B-Hoppen oder so ganz gut. No. Also, weil sie langsam anfahren. Hm, langsam anfahren, ja. Langsam anfahren. Durchaus, ich verstehe. Blum kommen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und einen Kommentar da und schaut definitiv bei Sellings vorbei und auch auf meiner Seite für Main-Accounts und für Steam-Punkte. Mit freundlichen Grüßen, euer Hase. Wir sehen uns beim nächsten Road to Global wieder. Tschüss.